Mein Name? Cassis Ignatio oder kurz Katsu. Mein Hobby? Lobby. Mein Lieblingsgetränk? Kaffee mit Ramen-Abkommen. Mein Geheimnis? Ich bin Bundesrat, also in der Schweiz. Mein Lieblingsfilm? Der Unsichtbare. Das mag ich? Die Ignationale Solidarität. Meine schönsten Ferien? Ich gehe sehr gerne im Dessin des Ostens in Bagdad. Was ich dir schon immer sagen wollte, lebe glücklich, lebe froh, wieder Minenarbeiter bei Glencore. Hier noch meine Foto. Ciao. Episode 2 Episode 2 Episode 3 Episode 3 Episode 4 Episode 4 Untertitelung des ZDF, 2020